Jugend völlig neu definiert. Das ist Luminesse. Luminesse ist keine gewöhnliche Pflegelinie, meine Damen und Herren. Luminesse wurde mit den neuesten Erkenntnissen der Stammzelltechnologie entwickelt, um das Altern auf zellulärer Ebene zu bekämpfen. Klicken Sie auf das Link unter meinem Video und lernen Sie über die Luminesse Produkte. Das ist bestimmt der beste Renner, der beste Verkäufer in der Produktpalette von Jeunesse. Ich bin hier ein Distributor, ein Vertreiber von Jeunesse Produkten in Kalifornien. Wie gesagt, wenn Sie auf das Jeunesse Website gehen, können Sie sehen, dass wir mehr als 90 Ländern vertreten sind. Also klicken Sie da drauf und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Dankeschön.